Welcome back und willkommen zurück zu einer weiteren Folge WRC7. Heute geht's rein, äh, nach Finnland. Bisschen ungewöhnlich, ähm, ja, jetzt hier vom Loading Screen, aber ich hab ein bisschen Quatsch gemacht, deshalb, äh, ja, ein bisschen vertippt. Deshalb sind wir hier und, äh, wir gehen rein. Und? Ähm, wir hauen diesmal rein die KI-Schwierigkeit, äh, Artcore. All 4 Hardcore. Wehe, das wird kacke. Aber nach Polen kann uns eigentlich nix mehr bremsen. Yeah, yeah. 100, Fahrbahnahnadel links, Lichtschneiden, Schild innen, 150. Oh, die Rettungskräfte grüßen. Oh, weiter knapp. Links 5 innen halten, Bremse, rechts 1, nicht schneiden, 40. Oh, ich wollte eigentlich nur in die 2. Rechts 6, Hitsch mit links, Bremse. Ach, stimmt's doch nicht. Ach, froh! Woher kommt das denn her? Kurz mal. Den Franzosen rausgegangen, lass ich. Rechts 4, kurz in, Abzweigung, links 3, kurz 30, Abzweigung, Asphalt und, Abzweigung, links 2, breiter, 70, rechts halten, Abzweigung, links 1, nicht schneiden, innen halten, 80. Rechts 2, kurz in, links 1, lang, den rechten abbiegen, Beengung, 50. Abzweigung, Abzweigung, rechte Schickane, Strohballen innen, 100, links halten. Saurahn gehaucht. Gefahr, Vollbrennung, rechte Schickane, 30, bergab, rechts 3, und Abzweigung, rechts abbiegen, den links abbiegen, übergeschaut. Oh, das Ziel ist weiter vorne. In den neueren Teilen ist das Ziel so, ja, 50 Meter weiter, weiter hinten. Mal gucken, ob man, ähm, den Schaden, äh, noch irgendwie hochstellen kann, ob ich noch irgendwas schwieriger machen kann. Äh, na, erstmal machen wir ein bisschen, reparieren. Das, ja. Yo. Passt. Und wieder rein. Oh, warte mal, Medien, das müssen wir für 60 machen. Äh, ja, aber nee, sonst, nee, nix, nix, nix. Keine, keine Special Mission. Yes. 10 Kilometer. Und das sieht nach der Stage aus, die ich schon kenne. Rechts halten, weil, äh, einen kleinen Knick nach diesem Sprung. Und dann kommen noch ein, zwei Sprünge davon danach. Äh, das ist wirklich Sprung-Heaven, diese Etappe. Wenn ich angepasst mache, nur optisch, Handling beeinträchtigt. Halbautomatisch? Sind die doof? Achso, ich hab angepasst gemacht, ne? Ja, gut. Äh, rein geht's. Und, 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 und. Oh, es ist in der Nacht, also Motorraum Gaming, oder? Ja, mal gucken, ob das Maus so geht. Oh, ich fahr falsch rum. Fuck, wie ist er jetzt zurück? Oh, Gott. Links 5, rechts, sehr lang, über Kuppe. Rechts 4, links 5, mit sich halten, über Kuppe. Menschen. In rechts 5, über Kuppe, mit sich halten, mit sich hier, Bodenwellen, 30, über Kuppe. Link 4, links 5, mit sich halten, über Kuppe. Rechts 4, links, nicht schneiden. Rechts 5, über Kuppe. Hier, die Statch kann ich nicht. Wolle ich vielleicht ein bisschen verändern. Über Sprung, rechts halten. Rechts vier, kurz, über Kuppe. Hinterhalten, links fünf, rechts vier, über Kuppe. Links fünf, rechts fünf, kurz, über Kuppe. Oh, 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 gar nicht gut. Motor im Gaming, ich brauche die Motorhaupe. Ich kann in der... Ich muss hier fahren, in der Nacht und dem Regen. Das wird einfach besser. Sprung, 30. Gefahr, rechts drei, lang, verengt sich, hoch, innen halten. Links vier, lang, mittig halten, über Kuppe. In links vier, mittig halten, über Kuppe. Links drei, kurz, rechts vier, über Kuppe, innen halten. Verengung, links vier, öffnet sich, kurz, rechts vier, kurz, innen halten. Links fünf, kurz, Bodenwelle, 80, über Kuppe. Rechts fünf, mittig halten, hoch, links vier, kurz, links vier, kurz, obenwelle, rechts vier, über Kuppe, verengt sich, drei, innen halten. Rechts drei, kurz, über Kuppe, 80, über Kuppe, rechts vier, kurz, innen halten. Oh Gott, kurz gedacht, ich hätte das Spiel verlernt. Rechts vier, 30, links drei, kurz, innen halten. Bodenwelle, und über Kuppe, rechts fünf, verengt sich, vier, lang, mittig fliegen, links vier, innen halten, verengt sich, über Kuppe. In links vier, verengt sich, drei, lang, über Kuppe, 30. Rechts vier, lang, verengt sich, innen halten. Äh, die drei nicht so ernst genommen, wie ich, wie sie anscheinend hätte, nehmen sollen. Rechts links, links halten, über Sprung. Rechts vier, verengt sich, innen, links, drei, rechts drei, kurz, links schneiden, 30. Hihi, ja, ja. Und über Kuppe, und über Kuppe, links drei, öffnet sich, lang, und über Kuppe, links fünf, innen halten, rechts drei, innen halten. Links vier, sehr lang, über Bodenwelle, verengt sich, drei. Rechts vier, lang, über Kuppe, 30. Und Achtung, Bremse, über Kuppe, rechts fünf, kurz, innen, links drei, kurz, nicht schneiden. Rechts vier, kurz, nicht schneiden, 80, rechts drei, 60, innen halten, über Kuppe, links drei, über Kuppe, mittig halten. Aber schon ein verrücktes Auf- und Abgewimsel, oh Gott. Okay, ich kann in der Moda-Um-Cam noch Fehler machen. Aber das ist nicht die Stage, die ich, die es ist, obwohl sie das gleiche Pauschalbild hat, wie die aktuelle Finnland-Etappe. Oh Gott, oh Gott. Sprung, innen halten, rechts sechs, in, übersprung, links sechs, mittig halten, Achtung! Großer Sprung, 40. Was? Ich geb' Gas! Äh, das Auto macht nicht das, was ich will! Shit, ich kack richtig rein! Ich kack maximal rein! Oh no, hier wäre ein geiler Sprung gewesen! Rechts vier, über Bodenwell, rechts drei, lang, 50. Über Kuppe, mittig halten, rechts drei, 30. Links vier, kurz, öffnet sich, lang, über Kuppe, hoch. Rechts fünf, kurz, innen halten, über Kuppe, hoch, 30. Über Kuppe, mitt recht, mit Kuppe, hoch, links fünf, innen halten, 50. Oh Mann, ich weiß nicht, wo ich bin. Fuck! Das wird diesmal würdig, der erste Platz. Mit rechts, in Kuppe, hoch, links fünf, innen halten, 50. Links fünf, über Kuppe, Bodenwelle, lang, verengt sich, 80. Achtung! Rechts abfliegen, in Spitz links, verengt sich. In rechts fünf, verengt sich drei, über Kuppe, links drei, verengt sich, über Kuppe. In Gefahr, rechts fünf, über Kuppe, verengt sich drei, nicht schneiden. In links zwei, 30. Verengt sich drei, ah. Ich war gerade richtig verwirrt. Bei der Dreigel sagt, ich gucke nach oben, mir ist das ganze eine zwei angezeigt. Das hat mich gerade richtig ausgenommen. Mit rechts, in Spitz links, lang, und... Da habe ich mich komplett bambooseln lassen. Ja, wenn man nicht aufpasst, bleibt mir direkt die Stelle des Jahrhunderts. Scheiß die Wand an. Eine Minute 20 hinten. Oh Gott. Aber ich lasse erstmal Hardcore. Ich will wissen, wie ist, wenn ich meine vernünftige Stage fahre, wie es dann aussieht. Ähm, ne, mit der KI. Und... Doch. Weil ich bin mir ziemlich sicher, ich kann sie schlagen. Powerstage. Schon die letzte Stage. So schade. Aber ist auch verrückt. Man ist Rallye-Fan, man sieht es immer im Fernsehen, und dann denkt man, oh ja, ich will die Stage auch im Spiel fahren, holt sich WEC, damals eine 7, äh, WEC 7 frisch auf den Markt. Und dann, naja, denkt man sich, hoch, was sind denn die ganzen anderen Stages hin? Bleiben wir in der Cam. Die Superta Cam. Und ich, links 4, über Kuppe, und öffentlich, in Spitz links, rum. Ich hab's doch schon Angst, nochmal zu verkacken. Links 4, über Kuppe, lang. In rechts 5, kurz, über Kuppe, und Spitz links. In, über Kuppe, rechts 5, verengt sich 4, kurz, 30, links 4, rechts 4, innen halten, sehr lang, über Kuppe, 30, links 5, innen halten, rechts 4, links 4, über Kuppe, in links 5, 30, oh mein Gott. Rechts 4, innen halten, großer Sprung, über Kuppe, 100, Achtung, links 4, Treppe, über Kuppe, verengt sich 2, nicht schneiden. 100, 100, verengt sich 2, oh Gott, oh Gott. Links 5, innen halten, in Kuppe, hoch, 30, rechts 4, verengt sich, über Kuppe, links 5, innen halten, verengt sich, über Kuppe, 80, rechts 4, sehr lang, verengt sich, in Kuppe, hoch. Und links 4, öffnet sich, über Kuppe, hoch, 50, über Kuppe, spitz rechts, hoch, und Kuppe, 80, hoch, vielleicht, 30, rechts, rechts 5, verengt sich, kurz, und Kuppe, 30. Oh, ein bisschen mehr in. Rechts 5, über Kuppe, großer Sprung, öffnet sich, und spitz links, verengt sich, 5, 50, links 4, über Kuppe, in Kuppe, hoch, links 4, kurz, innen halten, und spitz rechts, und Achtung, 40, rechts 3, kurz, über Kuppe, 30. Das war frech. Aber gut, abgebremst für die rechts 3. Hätte ich, glaube ich, wenn ich nochmal durchgekommen, spätestens dafür kackt. Über Kuppe, 50, über Kuppe, rechts 5, innen halten, Bodenwellen, 30, links 3, nicht schneiden. Rechts Kuppe, rechts 6, innen halten, in links 5, oh mein Gott. Da geht's lang, oder? Oh, das ist ein Teil von mir. Okay, Kurve komplett falsch eingeschätzt. Und Kuppe, hoch, 30. Achtung, rechts 3, 80. Oh. Ich, warum bin ich vom Gas gegangen? Der Frontriegel hat doch nicht. Direkt, direkt, weggeschmissen. Die Balance verändert, und direkt, ja, weggerutscht. Heieiei. Ich will mal wissen, wie ich gegenüber der Kuppe performe. Und dann sowas. Dann mach ich Quatsch. Achtung, links 3, vor Sorgung, weg, nicht, links abbiegen, nicht schneiden. Und spitz rechts, über Kuppe, 30. Ich sehe, aber eigentlich mit links 3 und dann. Links 5, über Kuppe, links 6, abbiegen gerechnet. Aber das war gerade alles in einem. Links 4, kurz, 100. Kurz, jetzt. Hoch, 30, rechts 5, innen halten. 30, rechts 3, rechts 6, innen halten. Über Kuppe, 30. Das ist leider gar nichts. Schade, ey. Schade, schade, schade. Und über Kuppe, links 5, innen halten. 30, rechts 4, innen halten. 30. Über Kuppe, rechts 5, über Kuppe, rechts 3, kurz, nicht schneiden. In spitz links, kurz, 300, über Bodenwellen, und geschafft. Ach, schade, ey. Schade, ich dachte wirklich, Finnland, perfekter Land, perfektes Land. Ähm. Naja, um mal zu gucken, was kann man denn jetzt eigentlich? Gegenüber der Hardcore-KI, aber da habe ich ja komplett in die Scheiße gegriffen. Wow. Ich habe es, da habe ich es aber komplett versaut. Und übrigens, was ich gerade entdeckt habe, was lustig ist, Obacht. Oh no, ich muss wieder dorthin spulen. Und zwar, wenn man im Sprung Pause drückt und dann zurück geht, dann plumpst das Auto wie ein Stein nach unten. Jetzt müsste man auf das Hintergrund achten. Ah. Und runter. Auf das Hintergrund, auf die Hintergrund, auf der Hintergrund. Auf S-Hintergrund. X. Raus hier. Das lief ja gar nicht. Das, das habe ich ja mal hochgradig versaut. Vierter. Ja, ich habe immer noch einen Vorsprung. Das geht. Gibt es jetzt Deutschland? Was ist das jetzt? Gibt es morgen Deutschland? Das ist auch toll. Ein ganzes Rallyland vergeigt. Aber es war an sich nur ein schlechter Tag. Nun. X. Die Checkliste wird größer. Immer noch gut. Geil. Robert Dugan. Wie ich gesagt hatte, sie hatten keine Chance. Das ist ja genauso, als ich sagen würde, morgen wird es schneien. Und das sage ich jeden Tag. Natürlich wird es irgendwann mal stimmen. Und dann, haha, ich habe es doch gesagt, Leute. Ich habe es vorher gesehen. Weil, wie gesagt, die ganzen anderen Überlegs habe ich alle gewonnen. Von daher, raff dich, Robert. Raff dich. Dann würde ich mir sagen, wir sehen uns morgen wieder. Und, äh, ich bin nochmal raus. Haut rein. Bye bye and have a great time. Bye, have a great time.